Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Rahmen unserer langen Reise von der Eröffnungsbilanz bis zur Schlussbilanz sind wir heute bei unseren letzten beiden Aufgabenpunkten angekommen. Nachdem wir im vorangegangenen Video die Saldenbilanz aus der Summenbilanz erstellt haben, geht es heute darum, dass wir zunächst einmal ermitteln, ob wir im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn oder einen Verlust eingefahren haben und wenn wir auch diesen Punkt erledigt haben, dann ist der letzte Punkt unserer Aufgaben die Erstellung der Schlussbilanz. Ich habe hier noch die Saldenbilanz angeführt und ich habe hier schon die quasi Lehrformulare für die Berechnung des Gewinns und dann die leere Schlussbilanz, die wir nun befüllen werden. Schauen wir uns zunächst einmal die Saldenbilanz an bzw. die hier aufgeführten Konten. Wir haben hier oben die Geschäftsausstattung, das Konto HW Vorrat, Lieferforderungen, Kassa, Bank, Kapital, Privat. Wir wissen, dass hier zumindest an dieser Grenze hier Kapital einmal ein kleines Stopp quasi einzuziehen ist, denn diese Konten sind alle Konten der Bilanz. Die ersten fünf, also Geschäftsausstattung, HW Vorrat, Lieferforderungen, Kassa und Bank sind aktive Bestandskonten und werden eben nachher hier die Bilanz, die Schlussbilanz befüllen. Das Konto Privat, das hat ja quasi eine Sonderstellung. Das haben wir schon gegen Kapital abgeschlossen und das Konto Privat stellt ja nur ein Unterkonto des Kapitalkontos dar. Das Konto Lieferverbindlichkeiten ist ebenso ein passives Bestandskonto und wird nachher dann in der Bilanz auf der Haben-Seite angeführt werden. Wir allerdings müssen nun ja erst die Gewinn- und Verlustrechnung abschließen bzw. durchführen und da benötigen wir alle Aufwandskonten und alle Ertragskonten. Und das betrifft, also diese Eigenschaft, dass sie dieses sind, betrifft nur diese drei Konten hier am Schluss. Das heißt, die Ertragskonten, die hier vorhanden sind, die reduzieren sich auf das Konto HW Erlöse. Wir sehen, Erträge werden im Haben gebucht und diese 66.930 stellen daher auch Erträge dar. Daher können wir hier zunächst einmal einsetzen, dass Summe Erträge und zwar bilden die eben diese 66.930 Euro. Nun benötigen wir die Summe der Aufwände. Wie bereits erwähnt, die Aufwände stellen die Konten HW Einsatz und Werbeaufwand dar. Das heißt, wir addieren hier die 41.810 plus die 2.580 und wir kommen auf einen Wert von 44.390 Euro. Wir sehen schon, die Erträge sind größer als die Aufwände. Daher haben wir an dieser Stelle einen Gewinn und zwar in Höhe von 22.540 Euro. Ich habe also gerechnet, Erträge 66.930 minus Aufwände 44.390 Euro. Was ist an dieser Stelle wichtig? Wie ihr bereits gesehen habt, ist es wichtig zu erkennen bzw. zu wissen, welche Konten was sind. Sind es aktive Bestandskonten, sind es passive Bestandskonten oder stellen die Konten Aufwandskonten oder Ertragskonten dar. Nur wenn ich das weiß, kann ich an dieser Stelle die Erträge herausfiltern, die Ertragskonten und kann die Aufwandskonten herausfiltern, die ich eben für die Berechnung des Gewinns oder des Verlusts benötige. Gut, die Gewinn- und Verlustrechnung und damit Aufgabenpunkt 8 ist fertig und nun geht es daran, die Schlussbilanz aufzustellen. Beginnen wir mit dem Konto ganz oben, das aktive Bestandskonto Geschäftsausstattung. Was wir hier nun nur tun müssen ist, dass wir die Werte aus der Saldenbilanz in diese Schlussbilanz übernehmen. Das heißt, wir haben hier bei der Geschäftsausstattung einen Wert von 51.870 Euro. Das Konto HW-Vorrat, ebenfalls ein aktives Bestandskonto und der Wert 76.400 Euro. Das gleiche tun wir mit den Lieferforderungen. Hier haben wir auf der Soll-Seite 40.340. Ebenfalls passiert dasselbe mit dem Konto Kassa. Hier beträgt der Saldo auf der Soll-Seite 3.470 Euro und das Konto Bank kommt ebenfalls in die Schlussbilanz, ins aktive und zwar mit einem Wert von 34.785 Euro. Ich bilde hier jetzt eine Summe, eine Bilanzsumme auf der Aktiv-Seite und wenn ich all diese Posten zusammenzähle, dann komme ich auf einen Wert von 206.865 Euro. So, jetzt widmen wir uns der Passiv-Seite. Wir wissen, auf der Passiv-Seite haben wir diese zwei Konten, nämlich Kapital und Lieferverbindlichkeiten. Das Privatkonto scheint hier nicht mehr auf, das ist, wie bereits angesprochen, ein Unterkonto vom Kapitalkonto und wir haben ja schon, wie ihr euch erinnern könnt, am 31.12. im Rahmen einer Um- und Nachbuchung dieses Privatkonto gegen das Kapitalkonto abgeschlossen und wir haben ja hier auch eben keinen Saldo mehr, weil dieses Privatkonto bereits eben gegen Kapital abgeschlossen wurde. Gut, beginnen wir mit dem Kontokapital. Wir haben am Kapitalkonto einen Wert gehabt am Anfang des Jahres und zwar war dieser Wert, den man hier, wie wir erkennen können, ich blättere nochmal zurück in die Öffnungsbilanz, hier hatten wir einen Anfangsbestand von 155.762 und diesen Wert trage ich hier als Anfangsbestand auch ein. Nun gab es zwei Dinge, die im Laufe des Geschäftsjahres dieses Kapitalkonto verändert haben und zwar sind es, zum einen sind es Privatentnahmen, in unserem Fall hatten wir eine Privatentnahme und wir wissen, Privatentnahmen vermindern das Kapital und eine Privateinlage, das heißt, wenn die Unternehmerin oder der Unternehmer aus privaten Geldern Geld ins Unternehmen steckt, dann spricht man von einer Privateinlage, das würde das Kapital erhöhen. In unserem Fall, wie gesagt, eine Privatentnahme in Höhe von 5000 Euro und diese vermindern unser Kapital. Zum Glück haben wir aber auch einen Posten, der unser Kapital wieder erhöht, nämlich wir haben ja einen Gewinn ermittelt. Die Erträge waren größer als die Aufwände und dieser Gewinn in Höhe von 22.540 Euro, der erhöht zum Glück unser Kapital wieder und wirkt sich eben erhöhend aus. So, Anfangsbestand minus Privatentnahmen plus Gewinn. Übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, hätten wir an dieser Stelle einen Verlust eingefahren, dann würde sich das genauso auswirken, wie unsere Privatentnahmen, nämlich ein Verlust würde unser Kapital ebenfalls vermindern. Das heißt, zwei Dinge sind schlecht fürs Kapital, Privatentnahmen und Verluste. Gut fürs Kapital sind hingegen Privateinlagen und erzielte Gewinne. Gut, dann kommen wir zum Endbestand unseres Kapitals und wenn wir rechnen 155.762 minus 5000 Euro Privatentnahmen plus 22.540 Euro Gewinn, dann kommen wir auf einen Endbestand beim Kapital am Ende des Jahres von 173.302 Euro. Und das trage ich auch hier nochmal ein, weil ein Posten fehlt uns noch. Wir haben das Konto Lieferverbindlichkeiten als passives Bestandskonto noch nicht behandelt. Das kommt hier ebenfalls in die Schlussbilanz und zwar mit einem Wert von, wir können ihn wieder der Salbenbilanz entnehmen, von 33.563 Euro. Und jetzt wird es spannend. Ich bilde wieder die Bilanzsumme und sehe, jawohl, wir haben auf beiden Seiten denselben Wert. Wir haben also eine Sollhabengleichheit und das zeigt mir, dass ich eben die Bilanz richtig aufgestellt habe und nun dieses Übungsbeispiel wirklich positiv abgeschlossen habe. So, das war unser Marathon von der Eröffnungsbilanz bis zur Schlussbilanz, wo wir eben alles untergebracht haben, was so ein Buchhalterleben während eines ganzen Jahres ausmacht, von der Eröffnung der Bestandskonten über die Verbuchung der Geschäftsfälle bis zur Inventur am Ende des Jahres mit dem Abschluss des Privatkontos, dann eben die Bildung der Summenbilanz, der Salbenbilanz und am Schluss eben die Ermittlung des Gewinnes oder des Verlustes und der Aufstellung der Schlussbilanz. Ja, wir haben viel geschafft. Es war noch eine Reihe von Videos dazu nötig. Wer noch nicht alle gesehen hat und wem der Zusammenhang fehlt, dem empfehle ich nochmal alle nachzuschauen. Ich hoffe, die Videos waren lehrreich für euch und ich habe das Ganze langsam und geduldig genug aufbereitet. Ich bedanke mich für eure Geduld, bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich über Anregungen, Fragen, Kommentare und natürlich Abos und ich hoffe, ihr schaltet auch bald wieder ein beim nächsten Video. Bis dahin viel Erfolg und viel Spaß und danke nochmals fürs Einschalten. Ciao.